Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es um sogenannte Post-Requests. Post-Requests sind dazu da, damit ihr Daten an euer Backend liefern könnt oder an die API, die ihr aufruft, die euch dann sozusagen anhand der Daten neue Daten berechnet und euch die zurückliefert. Das hört sich jetzt erstmal sehr abstrakt an, wir gucken uns das Ganze einfach mal an einem Beispiel an. Und zwar dieses HTTPS-MinAPI-Gryptocompare.com, bla bla bla, die API, die wir hier die ganze Zeit benutzt haben. Das ist eigentlich der Link für die API. Also das hier, mehr nicht. Ab diesem Fragezeichen sind die Sachen eigentlich Parameter. Das heißt, wir setzen hier den Parameter fSYM auf ETH, was bedeutet, wir wollen sozusagen wissen, was der Preis für ein Ethereum ist und wir wollen wissen, wie dieser Preis in Bitcoin, US-Dollar und Euro berechnet wird. Das heißt, tSYMs wird auf BTC, USD und EUR gesetzt. So, ja, und das sind eigentlich Parameter, die wir hier setzen und das Ganze geht auch in sogenannten Post-Requests. Und, ähm, ja, das Ganze ist nicht nur eine Alternative, sondern es hat auch noch tatsächlich einen tieferen Sinn, wenn man dann eben in der URL nicht unbedingt alle Parameter sehen kann. Zum Beispiel, wenn man es als Header hinzufügt, dann geht das nicht. Es gibt ein, es gibt sehr, sehr häufig einen sogenannten Authorization-Header, ähm, den zeige ich euch am besten einfach mal. Ich habe dazu jetzt leider kein wirklich praktisches Beispiel, wenn man sich für Autorisations-Header meistens irgendwo registrieren muss und dann eben hier einen Schlüssel angeben muss und das habe ich jetzt alles mal nicht gemacht. Ihr könnt euch aber zum Beispiel, ähm, wenn ihr jetzt gerade bei YouTube sowieso dabei seid, das ändern wir hier gleich, wenn wir sowieso gerade hier bei YouTube sind, YouTube hat eine API, da könnt ihr euch, wenn ihr bei Google registriert seid, könnt ihr euch da für anmelden sozusagen und, ähm, könnt dann dort euren Key beantragen. Das heißt, ihr könnt dort sagen, hey, ich hätte ganz gerne Zugriff auf eben YouTube API und dann könnt ihr mittels dieses Keys eben einen Post-Request machen und dort wird dann eben, ja, alles sozusagen für euch erledigt. Okay, ähm, achtet darauf, dass dieser Key nicht irgendwie ein Secret Key oder sowas sein darf. Ich weiß, ich rede mal wieder ein bisschen in Krypto, aber egal, ähm, es darf kein Geheimnis oder sowas drinstehen. Also sowas, was man wirklich benutzen würde, um Sachen zu entschlüsseln oder sowas, das darf da nicht drinstehen. Das Problem ist nämlich, dieses Ding hier wird später mal JavaScript sein und JavaScript kann gelesen werden. Das heißt, wenn jemand sich wirklich durch euren Code durchwühlt, dann kann der dann euren Schlüssel rausfinden und deswegen dürfen solche, ähm, Posts oder Authorization Keys niemals wirklich einfach öffentlich sein in dem Sinne. Das sind dann meistens irgendwelche Tokens, die dann tatsächlich nur von eurer Website aus irgendwie funktionieren oder sowas. Also solche Sachen kann man dann tatsächlich machen. Okay, ähm, aber ja, dazu erfahren wir wann anders vielleicht mehr und wahrscheinlich auch nicht in dieser Serie. Das wäre dann eher was für die IT-Sicherheitsserie, die ich euch trotzdem wärmstens ans Herz legen würde. So, ähm, wir wollen das Ganze jetzt hier posten. Das lassen wir einfach mal drinstehen. Und, ähm, bei einem Post-Request, wir sehen schon hier, gibt's einen Fehler, brauchen wir noch mehr Argumente, nämlich zwei oder drei Argumente. Wir haben jetzt hier eins. Was ist denn bitte jetzt unser zweites oder drittes Argument? Na ja, das zweite, beziehungsweise das dritte Argument hier kennen wir von früheren Videos. Das ist dieses, ähm, Observe-Doppelpunkt, also dieses, dieses Dictionary, was wir schon benutzt hatten. Das brauchen wir hier, können wir hier optional natürlich auch machen, müssen wir aber nicht. Und, äh, ja, das werde ich euch nicht einfach nochmal zeigen, sondern das wäre ja langweilig. Was wir hier aber dringend brauchen, wäre ein Body. Ein Body enthält die Daten, die wir für eben diesen Post-Request brauchen. Das heißt, da steht drin, was wir dem Server an Parametern schicken wollen. Also, sozusagen einfach, ja, was genau steht jetzt in diesem Dingens drin. Und, und da kann man sich alles Mögliche vorstellen, zum Beispiel, also zu dem Beispiel mit dem Authorization Header kommen wir gleich noch. Ähm, normalerweise schreibt man hier tatsächlich einfach nur Body rein. Ähm, ja, und dann ist hier eigentlich schon fertig. Genau, jetzt ist auch der Fehler weg. Klar, Body kennen wir noch nicht. Ähm, Body müssen wir uns jetzt erstmal noch konfigurieren, beziehungsweise erstmal definieren. Konst, warum ist das jetzt so eingerückt? Naja, äh, Konst Body ist gleich. So, und jetzt der Body. Wie, wie sieht so ein Body eigentlich aus? Das ist auch wieder eigentlich nur ein Dictionary, was hier irgendwie Namen vorne dran hat. Also sowas wie, äh, User Doppelpunkt Morpheus, zum Beispiel. Oder Kryptowährung Ethereum, zum Beispiel. Also solche Sachen kann man alles hier angeben, was man eben möchte. Ähm, ja, und so sehen eben diese Bodies tatsächlich aus. Das hier stört mich allerdings noch ein bisschen. Das sollte bitte anders sein. So, okay. Ja, und jetzt poste ich sozusagen auf diesem, also ich schicke einen Request an diese URL. Ganz normal, wie ich es bislang immer gemacht habe. Aber ich schicke gleichzeitig noch zusätzlich ein paar Daten mit. Und diese Daten stehen eben in diesem Body drin. Die werden dann einfach an die Website geschickt. Und in dem Fall dürfte wahrscheinlich einfach hier diese Website, ja, sie ignoriert es einfach. Also CryptoCompare ignoriert einfach, was da gepostet wurde. Und liefert uns einen ganz normalen Request mit. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr hier, wie gesagt, diesen Authorization Header haben wollt. Und der kommt im Fall von Post auch in diesen dritten Parameter mit, von dem wir vorhin, oder in dem wir die letzten zwei Videos oder so, hatten wir da Observe drin stehen. Ähm, okay. Das war so nicht gedacht, dass das alles kommt. Ja, jetzt kommt es gut. Okay. Ähm, was wir hier reinpacken können, ist eigentlich extrem vielschichtig, wie wir gerade gesehen haben. Und zwar haben wir hier zum einen mal die Möglichkeit, Headers anzugeben. Das heißt, wir können hier einfach sagen, hey, ich will einen New HTTP Header oder Headers, Plural. Ähm, und ja, das sind sozusagen die Header, an die ich das schicke. Und jetzt will ich hier einen sogenannten, ja, einen weiteren Header einfach reinpacken sozusagen oder ihn erstmal setzen natürlich. Ähm, und in meinem Fall wäre das dann eben zum Beispiel so ein Authorization Header. Also wie gesagt, das ist nur was, was man relativ häufig macht. Die Daten, die ihr posten müsst, die stehen alle in Body drin. Mit Header konfiguriert ihr sozusagen die Header. Das ist eigentlich was anderes hier. Das sind Options. Im Body steht alles drin, was ihr braucht. Ihr könnt ja natürlich auch noch mehr reinpacken, wenn ihr hier noch mehr Daten braucht. Das muss immer in der API auch festgehalten werden, was hier gepostet werden muss. Also das ist ganz normal. Das muss eigentlich einfach nur festgehalten werden. Ähm, und ja, dann könnt ihr halt diese Daten da rein posten. Ich zeige euch aber jetzt noch, wie ihr eben diese Header hier ein bisschen umschreiben könnt und noch ein bisschen mehr verarbeiten könnt. Weil das halt wirklich sehr, sehr häufig tatsächlich ist. Und hier hat man dann einfach angegeben. Also wie gesagt, es muss irgendwo eine Dokumentation von dieser API geben, sonst könnt ihr sie nicht benutzen. Und das ist eigentlich immer der Fall. Klar, wenn ihr die Website selber entwickelt, müsst ihr auch diese, oder wenn ihr das Backend selber entwickelt, müsst ihr im Endeffekt auch die API Dokumentation selbst schreiben. Okay, also da steht meistens dann irgendwie sowas wie Authorization drin. Und hier kann man dann irgendwie einen Token erwarten, also sowas zum Beispiel. Und dieses Token ist dann halt speziell nur für diese Website gültig oder wird jedes Mal neu berechnet oder sowas. Und diese Berechnungsvorschrift steht irgendwo anders, keine Ahnung. Und sinnvoll wäre, ja, keine Ahnung. Ja, ihr wisst vielleicht, was ein Token ist. Wenn ihr es nicht wisst, ist auch nicht so schlimm. Normalerweise wird euch das Token angegeben. Also das heißt, wenn ihr, wenn ihr, sagen wir mal, die YouTube API benutzt, dann bekommt ihr einen Schlüssel für diese YouTube API. Und das ist eben dieses Token hier. Also da kommt dieser Schlüssel rein, normalerweise und je nachdem. Also normalerweise muss euch auch die YouTube API sagen, hey, ich hätte ganz gerne einen Authorization Header und das ist das Token, was du verwenden sollst. Das steht alles dabei immer. Also ich zeige euch hier bloß, wie ihr es macht. Was genau ihr machen müsst, das muss euch jeweils die API sagen, die ihr aufruft. Wie gesagt, die Crypto Compare API ist komplett ohne Tokens. Das heißt, ich muss mich nicht dafür anmelden. Deswegen habe ich die auch rausgesucht. Und deswegen habe ich hier auch tatsächlich einfach, ja, ich muss nichts posten oder sowas. Ich muss auch keine Header benutzen, sondern ich kann einfach alles über ganz normale Get-Requests machen. Okay, wenn ihr ein bisschen flexibler sein wollt, also ich mache jetzt mal den Header hier wieder raus. Wenn ihr ein bisschen flexibler sein wollt und das ist jetzt sogar auch für die Get-Requests ganz interessant, dann gibt es folgende Optionen, wenn wir hier hinten dran uns angucken, F-SYM und T-SYM sind unsere Parameter. Dann können wir hier in den Options auch direkt die Parameter angehen. Also das geht jetzt tatsächlich wieder für beide. Wir gehen jetzt hier sozusagen einfach an. Doppelpunkt new http params. So, na komm, importier es. Okay. Und jetzt setzen wir hier die Parameter und sagen, okay, ich hätte ganz gerne F-SYM gesetzt auf. Und jetzt kann ich hier natürlich auch jederzeit andere Variablen aus meiner TypeScript oder sowas angeben. Also aus meiner TS-Datei hier, wo ich gerade drin bin. Und muss keine Stringverarbeitung machen. Das ist sozusagen einfach nur ein bisschen bequemer für euch. Ich hätte natürlich jetzt hier ganz gerne das Ganze auf ETH. ETH. So. Und dann will ich, ups, das sollte ein Komma werden. Dann will ich natürlich noch hier, ach, manchmal ist der Editor wirklich zickig, was das angeht. So, jetzt. Sorry. Okay. Dann will ich natürlich hier auch noch ein, ähm, äh, Quatsch. Eigentlich sollte das ein Punkt werden. Aber egal. Ähm, wir machen das jetzt einfach mal wieder hier in eine Zeile. So. Jetzt aber fertig mit Meckern. Gut. Ähm, Punkt Z. Einfach noch den zweiten dranhängen. Wie hieß der zweite? T-SYM. T-SYM. Und den setzen wir auf, das kopiere ich mir, da bin ich zu faul für. Auf das da. So, das Fragezeichen brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Jetzt haben wir hier sozusagen alle Parameter hier drin. Und die werden automatisch gesetzt. Und wenn wir uns das Ganze dann auf der Website angucken, dann sieht das so aus. Aha, das heißt, es hat automatisch eben alles eingesetzt, was wir brauchen. Hier haben wir die komplette Information, die wir eben angefordert haben. Und, äh, sogar noch eigentlich den Usernamen Morpheus gepostet, den wir eigentlich in dem Fall nicht brauchten. Aber ja, äh, sehr nützlich das Ganze. Also sozusagen hier so ein bisschen bequemer für euch. Wenn ihr nicht jedes Mal hier in diesen, in diesen String alles reinfügen wollt, könnt ihr hier das Ganze auch als Parameter einfach hinten dran schreiben. Achtung, das ist nicht gepostet. Das sind keine Postdaten. Postdaten schreibt ihr nur in den Body rein. In den Options stehen Daten, die auch wirklich dann in der URL eigentlich sind. Also das ist wirklich dieselbe URL, die da angefragt wird. Die hat hinten dran im Endeffekt noch, also das wird dann alles für euch gemacht, Fragezeichen F-SYM gleich ETH, Fragezeichen, äh, und T-SYM gleich das hier hinten eben. Ja, ähm, also das heißt einfach eine alternative Schreibungskraft. Weise, die euch vielleicht ein bisschen bequemer sein könnte, weil ihr hier einfach bequemer direkt die Parameter einsetzen könnt. Und ja, das war's wieder mal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020